reinstellen direkt level 15 gegen apra ah er konnte doch ein pokémon aufziehen hier klar den types gab es doch schon ja der ist in der einen stadt aber wie tue ich da hin plätze gegen apra kratzer ein und fast ganz besiegt und vor allem ist das geil das erste mal teleport ein und teleportation aber passiert ja nichts was kommt denn als erstes bei mir alle boden die katschür habe ich ja da ist schon der witz von sie dann trainig das und ich hab den rivalen platt gemacht blablabla ja 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 laber nicht aber nicht aber nicht aber nicht laber 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 mr lava laber 20 minuten beholder 21 minuten schon um ja weiß ich auch dann gehen wir mal hoch um gab auch noch ein item zu kriegen wieder zu weit gesprungen ja ich weiß die necke papa klein stein noch klein stein wirst du ein großstein ein stein das ist ja schon mal nicht schlecht dann kann man nämlich einmal noch aufziehen ja du bist die nummer zwei wirst wahrscheinlich immer die nummer zwei bleiben das geht aber öfters bei dir ne bei klein stein gehen nicht alle an tagen immer effizienz aber ja habe ich ja auch kämpfe mit einem kleinen stein ja die sind ging daneben alter ging daneben kleinsteinen zu leveln ich habe keine gedacht dass ich keine mitte habe 21.000 21.000 20 pokobälle mit hier super tränke schutz also ich habe immer schutz habe ich später nur genommen wenn ich kein fliegen noch nicht fliegen hat und wieder zurück musste zu irgendeiner insel wird das fand ich immer nervig das gibt es nicht jawohl und wir haben wir noch ja sehe ich ja das ist es geht relativ schnell wenn man dann auch die speed macht dann denkt man so kommt man nicht so schnell durch spiel aber generell kommst du auch so nicht wirklich schnell durch spiel auch wenn du speed machst es geht es geht aber wir wussten wo wir uns darauf einlassen also ja sicherlich war gut bei 14 parts gut ich hätte schon ein bisschen weg klatschen können aber ich bin bei rocke auch nur mit schlock durchgerauscht wenn wir das nicht gemacht hätten dann hätte ich auch so trainiert einfach ein paar folgen lang jawohl die rock ist da jawohl ja jetzt ist auch noch ein kleinstein gelähmt bla 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 und dann haben wir auch noch gift an schöne scheiße so die rock wird mir nur im äußersten notfall hier impfen gegen misty fisty ich habe gestein und normal gestein und wasser sind nicht die besten freunde und bei mir weißt ja feuer der boden ist kann man geht glaube ich ja ich glaube auch nicht wirklich trotzdem haue ich zuerst meinen kleinen stern weg dann ja werde ich auch komm jetzt macht den scheiß steinwurf hier weg nur die antiken sind halt ein bisschen schwach von denen ja geil man kann sich mit mit teleport aber teleport konnte man dann irgendwo sich hin teleportieren zu ständen oder was das ist doch schon mal gut das ist doch schon mal gut ne ich trainiere es jetzt tauboga jetzt und tschüss taubsee einmal steinwurf und taubsee war weg wird nämlich noch ein bisschen taubsee trainiert und dann solltest eigentlich funzen ach ja die könnten nicht mit haupt sie kämpfen gerade aber egal so keep machen die daran werde ich nicht wirklich was so wie hier unten so wie kann ich schon weiter ach hier liegt relaxo ein schlafenes pokémon liegt im weg ja dafür brauchst du die pokémon flöte eine pokémon flöte ich kann den pokémon auch eine flöten aha so wie das mein glutex so vergiftet oder ne vorher war es ja kein stand stimmt ja ich glaube ich werde einfach bei misty einfach georock nehmen und finale drücken einfach das ding in luft sprengen lassen das ist die schnellste möglichkeit das kannst du bald nehmen wir auch nicht machen naja hoffen dass ich gleich noch taubos bekomme komm schon komm schon na tauboga ist level 29 tauboga ja ich bin am anruf aber erst 34 oder 36 geil macht nix hier gibt es gute erfahrungspunkte hier in der stadt zieht mir nur ein bisschen immer die sind stark aber ich kann sie noch gut besiegen alter hab schon mal gespeichert eben nochmal zwischendurch speichern muss man aber auch wirklich wenn immer passieren dass der emulator irgendwie abschmiert pech kann passieren muss aber nicht level 30 ja ja du bist die nummer fünf nein am arsch du bist die nummer fünf da bist du erst da oben bei dem knallkopf ja sag ich doch soweit bin ich noch nicht okay ich habe doch die chest typenwahl bekommen verdammt chest typenwahl warum 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 ich habe die auch gehabt und die wünschen ja ich sagte nur bei rocco ne ja du guck mal du meckerst jetzt ich habe nachher ich habe nachher scheiß typen nachher geht es mir auch nicht besser ja krieg dich als maul vielleicht doch alter kannst du jetzt noch ruckzuck hier einsetzen jetzt ja danke für den nugget und jetzt kämpfe gegen team rocket ihr seid dick vögel dickige vögel mach aber auch in den gebieten wo ich so bin wo man wegen pokémon fangen und alles dass ich da auch dann dementsprechend die pokémon trainier gegen die trainer ja mach das ruhig aber mach bis ich den nur noch und dann ja muss ich auch grad ich habe schon die uhr gesehen grad das ist gut dass du die gesehen hast ich bin ein bisschen überzogen egal was passiert wenn man nicht wirklich drauf achtet du ja ich sag ja wenn man nicht wirklich drauf achtet ich warte ja nur auf dich ja ja versuch flügelschlag endlich endlich gibt's flügelschlag ich hab nur drauf gewartet ja kann ich den wirbelwind wegpacken yay so der auf ist besiegt es laber noch nicht bla 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 ja ja sag wenn du speichern kannst speichern ja und dann würden wir sagen bis zum nächsten mal bei pokémon tschau tschau tschüss bis zum nächsten mal mit